Hallo Leute, und in diesem Video zeige ich euch den neuen Verkaufsladen von der Gärtnerei Let's Go. Jo, hier ist der neue Verkaufsladen von der Gärtnerei Heferthar und hier tun sie lauter schöne Blumen verkaufen. Und wer neugierig ist, kann auch gerne auch mal hier nach Heferthar kommen und sich auch mal live vor Ort angucken. Genau. Hier sind die Öffnungszeiten. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und ciao. Ich hoffe euch hat das Video gefallen.